Freunde, Epic Games hatten wir mal wieder hier die zwei neuen Skins freigeschalten, die man normalerweise frühestens heute Abend ab 18 Uhr beim Turnier freischalten kann. Und zwar einmal den Naomi Osaka Skin, auch hier mit dem zweiten Style am Start und nochmal einen zweiten Skin, der auch der Naomi Osaka Skin, aber hier in einer anderen Variante. Ich finde beide Skins sehr, sehr nice, auch hier nochmal der zweite Style von dem Skin. Ich finde es optisch eigentlich echt ganz nice. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr die Skins findet. Wirklich Kurs geht raus an Epic Games.